Halli Hallolüche Leute, willkommen zum nächsten Mal von Let's Play Pokémon Skyna! Ja, im letzten Mal haben wir die Route weiter erkundet, haben ein paar Trainer besiegt, haben Top-Belieber verballert und... ja ja ja, und dann können wir mal weiterspielen! Yeah! Hallo, ich bin der Spielfreak. Soll ich dir etwas über die Höhle in Route 3 erzählen? Ja, das hier ist die Höhle in Route 3. Hier kannst du zu halb Prozent des Pokémon-Rabouts antreffen. Viel Glück! Wenn du noch etwas über die Höhle erfahren willst, Leserschild nimm mir! Route 3. Antreffbare Pokémon, Super-Kleinstein, Paras-Dicta-Rabouts und Trainer. War das ein Kleinstein? Aber hallo, wer bist du? Äh, ich bin TK und ich mach die Welt platt. Moment, das klingt falsch. Und ein Kleinstein und Rassler ist da nicht die perfekte Wahl für... Nee. Eigentlich hätte ich gerne Dings dafür noch Bamelin, aber Bamelin ist ein bisschen... äh... nicht ganz so geeignet. Und außerdem ist, äh... Schalkarin, voll das geile Poké. Und ich liebe es! Okay, es heißt ja... äh... Kleinstein hat, glaub ich, keine Robustheit, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Du-du-du-du-du-du-du-du-du... Da kommt auch schon Glumander um die Ecke. Das ist Bamelin... Oh, niedlich! Ich mag Glumanders, aber Schiki mag ich noch mehr. Los, Schvalini! Lass dich zum Grillhähnchen machen und du brennst. Schwalbini, das ist kein Ferrantil. Ich hab das nicht wendlich gemeint. Rachwolke. Okay. Die Genauigkeit fehlt ein bisschen. Es ist okay. Dann mach ich dich aber trotzdem platt. Ich glaube. Dick da. Im Moment habe ich keine andere Möglichkeit, die ein bisschen die Level zu fahren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen. Außer wir sind die Gäder jetzt nicht gerade die schwersten. Deswegen. Ich hab nicht viel Wahl. Okay. Das macht eigentlich ganz gut Schaden. Ähm. und das das geht, aber ja. Diese Genauigkeit senken, die gefällt mir nicht. Die gefällt mir ganz und gar nicht. ein liebes kleines Dick da. Okay. Scheint aber gerade ganz gut zu treffen. Das ist gut. Ja. Ja, ja, ja. Das ist gut. Lass uns hinter uns bringen. Und da geht's auch schon daneben. Äh. Ah, das ist so eine Attacke, die senkt immer wieder. Das ist, ähm, nicht gut. Nicht gut ist das. Überhaupt nicht gut. Ich muss nur einmal treffen. Aber ich krieg die IP nicht. Ich weiß nicht. Ja, Mann. Warum? Was ist jetzt die Frage? Nehmen wir Drastler oder nehmen wir Ryudo? Ich bin Drastler. Gut. Dann machen wir es ganz einfach. Ja. Warum? Das hat nur einmal Drastler gehört. Na gut, jetzt zweimal. Ich hasse diese Pukkonen. Manchmal hasse ich euch. Alle. Ich meine natürlich die Pukkonen. Aber ich mag die natürlich. Aber, äh. Das ist, äh. Das ist doch nicht wahr. Guck mal, wie. Wir treffen gar nicht. Wir treffen gar nicht. Und das, äh. 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 Das ist ja. Die Fahrt. Drastler. Ey. Zielwassertrinken wär net. Das, äh. Das, das besicht gleich ein zweites Pukkonen. Danke. Oh, dick da. Kleines schmieriges Mistding. Im Kleinstein. Wie so. Kleinstein. Da hast du dir ja mal deinen blösten Diktat angeguckt. Und jetzt muss ich nochmal zurückkennen, weil ich die Pukkonen level möchte. Ich will doch nicht. Ich könnte, äh. 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 Outer City. Nimm es doch bitte auf. Ich möchte es. Outer City. Mh. Irgendwie ist es doch da. Alles klar, Outer City? Irgendwie habe ich... Ich hoffe, es hat auf jeden Fall weiter aufgenommen. Na gut, es hat... Äh. Irgendwie ist es da noch. Aber was hat Outer City denn jetzt für Probleme, Alter? Normalerweise läuft Outer City eigentlich immer recht gut. Auch weil mein PC halt ein bisschen kacke ist. Aber, hm. Es kommt wahrscheinlich mit, ähm. Einfach mit Sky noch nicht klar. Dass das Programm halt verdammt viel zieht. Und es ist ein verdammt kack Ding. Also, Epic ist echt nicht gut. Also, was die, äh. Aufnahme und sowas angeht, ist... Also, ja. Captain Acer gebe ich immer nicht so groß die Schuld. Ich gebe dem Programm... Äh. Ja. Dem Epic mir Schuld. Dass das, äh. Manchmal ganz schöne Probleme macht. Ich so, mein Freund. Hast du ihn gesehen? Ich hab Angst. Ja. Dann haben wir weiter Angst. Und dass die Route einfach verdammt blöd ist. Ich mag sie nicht. Natürlich hast du eine Trattini. Warum auch nicht? Natürlich. Jeder hat hier eine Trattini. Okay. Der muss nicht Shaikarin einsetzen. Weil Shaikarin verdammt nochmal seine Angriffe abkontern kann. Hab ich das gerade laut gesagt? Ich nehm's zurück. Drachenwut. Aber Drachenwut. Es ist doch nicht wahr. Mann. Jetzt kommt dieses, was am Anfang vom Spiel meinte, dass das Spiel ganz schön schwer sein kann. Aber doch keine Trattinis. Das ist doch viel zu früh. Das ist doch viel zu früh. Das ist einfach zerfickt. Einfach mein Team. Äh. 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 Machst mein Team kaputt. Ich mag dich nicht. Auf damit. So, wenn du die Drachenwut überlebst. Du schaffst das nicht. Ich mach. Mann. Ähm. Babel, die kann mal wieder nix machen. Das hat nur. Bucksack ihm. Und Drachenwut kippt mich ja mit einem Schlag hier. Das ist richtig mies. Ich bin schon wieder tot. Äh. Das kann dann Spaß werden. Und ich glaube es kommt noch vielleicht. 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 Vielleicht kommt noch ein Relater. Äh. Ich halte die Klappe Joy. Nein. Ich möchte dich wiedersehen. Äh. Dann gehen wir mal sofort ein Checking nach vorne. Mann. Ich kann ja nicht mal vernünftig leveln. Weil ich meine Pokémon nicht vorne behalten kann. So. Äh. Dann wollen wir doch mal. Ja, das ist die Spinne schon wieder. Yay, Party. Partyart. Haltet die Klappe, ihr kleinen Mistviecher von Zubatz. Auf allen Dingen, ich kann mich nicht mehr aufleiten. Warum? Das Ding ist nur Level 5. Hätte ich vielleicht Level 11 oder so kack sein können. Ich weck mich nicht auf. Ich regisiere nur das Spiel. Ah, danke schön. Damit kann ich arbeiten. Es sei denn, es kommt... Das ist deine Chance, mir zu zeigen, was für ein tolles Poco du bist. Dankeschön. Dafür musste ich aber leider mein kleines Sheldkari ihn opfern. Es tut mir so leid. Ah, das ist ein Zubatz. Oh ja, du halt die Stauze. So. Okay, da unten sind noch mehr Trainer. Die möchte ich alle besiegen. Weil halt kann man in diesem Spiel nicht wirklich weit kommen, ohne irgendwas, nichts besiegen zu haben. Wieso, meine Freunde? Hast du sie gesehen? Auf der anderen Seite vielleicht. Drehst du dich? Na ja, umdrehen geht vielleicht schlecht. Jean-Leur David. Mit einem Blitz... Jetzt habe ich gedacht, ich könnte vielleicht mich da rausfinden. Das geht nicht. Ein fucking Blitzer. Ein fucking Blitzer. Das Ding ist scheißen schnell. Da hat auch Bamblin keine Chance gegen. Oder Schmalbini vielleicht nicht. Weil die Dinger so schnell sind. Na gut, wenn es Ruckzucki macht. Ruckzucki kann Schmalbini auch sein. Aber die Dinger sind scheiße schnell. Na gut, dann mache ich auch Ruckzucki. Wenn du schon dabei bist, dann mache ich das auch. Oh Gott, das kann der noch schon. Okay. Dann rennen wir gleich halt nochmal zurück zur Höhle. Das macht doch Spaß. Da kommt Freunde auf. So, Riolu. Möge der Konter mit dir sein. Bam. Okay. Das, äh, ja, das habe ich gekommen sehen. Ah, das gibt schöne P-Punkte. Das kleine Mistvieh. Und noch mehr P-Punkte. Und noch mehr P-Punkte. Und damit ist Riolu verdammt schützt. Oh, das ist eine coole Attacke. Äh, welche Attacke soll vergessen werden? Ausdauer, bitte. Schwupps, und Ausdauer vergessen. Kraftwelle. Aquana. Das ist auch noch eine Aquana. Aber jetzt habe ich eine Kraftwelle für dich. Blödes Pokémon. Oh. Ähm. Das war nicht sehr erfolgreich. Aber Riolu ist Level 15. Hey, das ist doch schon mal was. So schwappt die. Äh, ich meine, Babbelin. Du bist ein... Du bist ein... Ja, Ruxelkip. Okay, Ruxelkip bringt nicht viel. Den Mai-Ultraschall. Du gehst verwirrung, hoffentlich. Aber das macht recht gut schaden. Aber... Nein, nicht Babbelin. Du blödes Aquana. Ich habe schon wieder verloren. Yeah. Padiat. Padiat. Ich möchte dich wieder sehen. Was zu sagen. Blöde Mann in Mannersfester. Dürrüttelododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod Und der hat schon wieder... Oh, das sind die Probleme. Yay! Die lieben mich auch. Ich so meine Freunde. Hast du sie gesehen? Nee, ist auf einer Seite immer noch. Die möchtest du dich aber ganz schön lieben. So, jetzt habe ich mehr Chancen. Ja, mach ruhig, lebt ruhig. Shakerain interessiert das nicht so wirklich. Und Dinoshock interessiert ihn auch nicht so wirklich. Yay! Oh, Aquana wird gleich angenehm. Blub. Und der hat natürlich Flammar. Aber wie sollte es auch anders sein? Das reicht, kommt zurück. Los, Bermelin. So, dann, äh, ja. Swalbini, bitte rauskomme. Natürlich, weil Bermelin noch keine natürliche Attacke hat. Du bist keine nützliche Attacke. Ah, Swalbini, warum musst du mal Grillhähnchen spielen? Du bist kein Grillhähnchen. Du bist mein Swalbini. Niemand will ein Grillhähnchen haben. Puff. Ah, war klar. Swalbini überlebt sich lang. Da kommt halt Triolo mit seiner Neuerwahl. Psch. Kaffeele. Psch. Level 13. Bitte, erlern noch mal. Bitte eine vernünftige Attacke. Da wäre ich dir sehr verbunden. So, Zerkarien. Triolo, das reicht. Komm zurück. Los, Zerkarien. Vielleicht sieht ja gerade immer aus die ganze Zeit. Tut mir leid, Leute. It's perfective. Los, Rasierblatt. Das sind schon wieder 30 Minuten mehr, die verzögert sind. Ah, dieses Let's Play. Wo hast du meine Freundin? Äh, warum heilst du denn, du blöde? Komm, von dir die Starke, aber lass mich dich testen. Natürlich hast du jetzt Kaffeele und die, oder Psycho. Du hast Psycho-Pokémon. Warum hast du Psycho-Pokémon? Und warum habe ich keine Unlicht-Pokémon? So, viele Rätsel. Ah, der Partner hat schon wieder 30 Minuten. Das ist doch... Ähm... Ich frage mich, was mit diesem Programm los ist. Freue mich echt. Ich darf gleich wieder herkommen und wieder machen, weil ich wieder keine Chance habe. Also, es ist... Äh, ich hasse dich. Das ist so abzusehen. Bämelin hat natürlich nichts drauf. Das ist doch klar. Ja, das ist doch klar. Wäre denn nützlich? Bitte! Äh... Okay, das könnte eventuell auch noch Druster schaffen, wenn Bämelin das nicht sowieso schon schafft. Warum ist das Level 7 gewesen? Na gut, ich bin dem Ganzen gerade ziemlich dankbar, aber du hast eine starke Aura. Das passt so gar nicht rein. Gut. Find einen Schutz. Yay, Paddy. Hart. So, dann wollen wir nochmal raus und nochmal reingehen. Weil das sowieso so schön ist, durch diese Rutsche zu laufen. Yay. Du mal an, Leute, wenn ich mich da halt ein bisschen drüber aufrege. Das ist für viele PCs. Das kann auch ein High-End-Rechner nicht schaffen, warum halt da nichts drauf ausgelegt ist. Also eine Kombi aus Regen und... Regen... und große Rutsche ist keine gute Kombi. Nee. Und... Spacken, Spacken, Spacken. Nimm mich verladen nochmal, fadden auf dich auf. Bär, bitte und blablabla. Kümmer dich gut und wir sehen uns bald wieder. Yay. Tipp, tipp, tipp. Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich gehe zurück zur Öle und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Let's play Pokemon. 10 oder 11? Ich glaube 10. Äh, ja, Leute. Bis dann und tschüss. Ja, auf geht's. Ich glaube 10. Bis dann. Ja, auf geht's.